nö, 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 ich habe kein Geld, ich habe kein Geld, sie haben es noch, ja, sie haben noch zweimal Zeit zu bezahlen und gehen sie für fünf Minuten im Bau. Was ist in der Bau, was ist in der Bau? Im Gefängnis. Was ist in Gefängnis? Was ist im Gefängnis? Ich komme nicht von Juton, nein, 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 ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch. So, wir haben noch einmal Zeit. Ich habe kein Geld, ich habe kein Geld, ich darf noch. So, ich muss ihm doch die Chance geben. Ey, sag mal einer von euch, er hat kein Geld. Mann, Junge, er hat kein Geld, verstehst du das nicht, oder? Er hat das gerade alles ausgegeben. Ja. Ja. Ich weiß, du hast dann, wie viel Geld er hat, aber mehr, ich weiß auch immer, wie viel du hast, also. Arschloch. Ja. Ich gebe noch mal ein bisschen Zeit. Ja, klar, 5000, Kassau. 5000, Kassau. Zack, 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 machen wir was. Pendelkopf, ey. Sag, sag, hier, ich lehne ab und will ein Angebot sagen, hier. Also, sag einfach, ich habe ein Angebot. So, der Kollege hat das für Sie bezahlt. Dass du ein Angebot hast? Ja. Nee, ich habe es schon geregelt. Bitte fahren Sie mit Licht. Ich sehe gar nicht. Ohne Licht. Ohne Licht. Dann werde ich Sie anhalten. Wir fahren immer ohne Licht. Wir fahren immer ohne Licht. Und das bleibt auch so. Also, meine Meinung bleibt immer noch so. Die meine Meinung bleibt immer noch so. Und jede Fresse hält. Das ist halt so scheiße. Das ist halt so scheiße. Ohoho. Ja, wenn es Ihre Meinung ist? Halt deine Fresse. Halt deine Fresse. Um zu am Stress. Nein, kommt er jetzt an und hält uns an. Nö, nö. Alter, ist das neblig oder was? Ja, Mann, man sieht nichts. Oh, pass auf, nicht mehr. Jetzt weißt das mal. Ey, brems ab und zu einfach. Ey, vorder mal ab. Mach mal Bahnblinker an. Mach und brems einfach mal ab. Brems einfach mal ab jetzt. macht uns immer mehr ich muss mal etwas machen komm 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 jetzt stehen bleiben einfach ah, das ist fett alter, wie neblig ist das komplett mal stehen bleiben mann, mann, hau doch ab 100v5 100v5 auf den leh auf den leben du scheiße scheife kacklater 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 kackstrau kackstrau es ist nur ein blick, da gehen wir so richtig auf den zack halt an zu wachen wachen kacklater jaja konnt wachen wir waren wachen kacklater kacklater wachen kacklater 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 wachen kacklater Ich weiß nicht, dass ich die Reihe jetzt kenne. Hast du das live oder was? Ja, ich weiß nicht. Komm Primo, Primo, lass mal irgendwie... Warte mal. Ich will nach vorne sitzen. Moment, alles mit meinem Haus kommt. Ich bin hier so... Du sagst. Jetzt fahr wieder zurück. Ja, mit E. Also mit E. Bei mir geht das gut. Also ich seh, dass das rechts macht. Und links geht das. So, ja. Also wir sind alle außen. Ja. Jetzt behindern, behindern den Krankenwagen. Komm, behindern ihn bitte. Behindern ihn so richtig. Behindern ihn. Geil. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hab' mal was vom Wunderrechten gehört. Hey, schau' mir nicht. Was ist das? Halt deine Flasche. Halt deine Flasche. Wir werden beschossen. Lass mich mal hier bei der Garage raus. Ich glaub ich hab'n Fahrzeug noch. Ich möchte nicht, also lass' den hier einparken. Nicht, dass sie entschrauten oder so. Oh. Tut mir leid. Ich komm' nicht mehr raus. Na jetzt. So geil. Hast du ein Auto? Ich? Ja. Ja, ich hab' noch eins. Ich weiß nicht, ob das doch da ist. Doch, ist doch. Kann ich damit fahren? Nein. Du machst das doch kaputt, Mann. Doch nicht. Okay, dann fahr' doch. Mir doch egal. Aber gib mir Schlüssel, falls was passiert. Na gut, dann fahr' ich jetzt zum Marktplatz. Hast du gelitten? Jetzt hast du...